So, das weg. Dann hier so. Das hier. So. Jetzt muss ich hier bloß noch raufkommen. Zack. Jetzt müssen wir schauen. Die Whale, die können wir hier hin machen. Ja. Die Gearbox machen wir hier hin. Ja. Die Farmhedge hier. Ja. Und die andere Farmhedge mache ich oben hin. Zum Befüllen über einen Hopper. Ja, das reicht vollkommen. Und ich glaube, dass ich nochmal ein paar von diesen Farmblöcken nachbauen muss. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe zu wenig gebaut. Das werden wir gleich rausfinden. Jupp. Ich habe zu wenig gebaut. Hier diese Gearbox. Wir brauchen noch vier Farmblöcke. Ein Jetpack sollten wir uns auch mal bauen. Das könnte man eigentlich gleich mal machen. Und was essen sollte ich auch. Ach ja, hier genau. Kühe habe ich auch gefunden. Die habe ich einen ganz weiten Weg mit hier rüber geschleppt. Da bauen wir dann auch mal so eine Feedstation, dass sie hier automatisch ihr Geschäft verrichtet. Ja, komm. Fall du noch um. Da, wieder zu. Dann brate ich das Fleisch mal kurz durch. Ja, das kann ja da in Ruhe mal durchruscheln. Wie sieht es hier aus? Zwei Honig. Das Leder. Kommt das mal hier rein. Da drüben habe ich schon mal ein paar Bücher aufgestellt, die wir hatten. Ja. Und da bauen wir uns dann auch ein Enchantment-Table irgendwann, weil ich bin schon Level 42. Das würde ich jetzt ungern verlieren. So, jetzt machen wir uns kurz ein Jetpack. Hier ein elektrisches Jetpack. Da brauchen wir einen erweiterten Schaltkreis. Eine Badbox. Erweiterter Schaltkreis. Okay. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas haben. Na gut. Redstone. Das ist der Elorams-Table. Fangen wir mal hier an. So, erweiterter Schaltkreis. Ich habe kein Kabel mehr. Brauchen wir wieder Kupfer? Haben wir da noch was? Ich habe doch was in Auftrag gegeben. Genau. Nehmen wir uns mal einen halben Stack. So, dann machen wir uns wieder ein paar Kabel draus. Dann nehmen wir hier. Brauchen wir dann einen Schaltkreis. Mit dem Refined Iron. Ich hoffe mal, ja, ich habe welches gemacht. Hier. Zack. Ja, können wir ruhig zwei machen. Dann brauchen wir ein bisschen Glowstone. Ein bisschen Lapis. So, Lapis war glaube ich so. Glowstone so. Und Redstone außen noch rum. Genau, machen wir uns auch zwei. So, jetzt das Jetpack. Wo war es denn? Na, zeig dich. Suchen wir es halt wieder. Hier. Elektrisches Jetpack. Eine Badbox braucht man noch. Hm, brauchen wir eine Butter... Ach, Quatsch. Was mache ich denn? Wir brauchen... Zinn. Zinn. Hier. Machen wir uns noch eine Batterie. Oder zwei. So, das rein, das. Fünf Holz. So, Badbox. Weiter das Schaltkreis war das, glaube ich. Refined Iron. Vielleicht noch was. Ich glaube, Glowstone oder so. Genau. Glowstone. Zwei. Wird schon wieder eine Nacht hier. So, elektrisches Jetpack. Dann lösche ich das jetzt wieder raus. So. Das Jetpack, das hauen wir mal hier rein. Das kann man aufladen. Und wir legen uns kurz hin. So. Weiter geht's. Schauen wir mal, was das Jetpack macht. Ach, hier hat sie auch gleich Glas mit rausgehauen. Das richten wir geschwind. So. Na, das braucht noch ein bisschen. Dann bauen wir in der Zeit diese Farmblöcke. Dann bauen wir hier so einen... Sandstein. Moment, ich muss mal kurz hier auf meinem Zettel schauen. Brauchen wir das in Brick? Wir brauchen Kupfer. Dann brauchen wir Slabs und Zinntubes. Ja. Schlecht. Ganz schlecht, weil den Thermionic Fabricator habe ich jetzt weggemacht. Dann hauen wir dafür den Squeeze jetzt nochmal weg. So. Geben dem ein bisschen Glas, wenn wir es finden sollten. Hallo Glas. Kein Glas? Doch. Hier. Da, mach du mal. Genau. Jetzt brauchen wir Zinn. Zinn, 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 Zinn. Und... Äh, Moment. So war das. Und... Redstone. So. Machen wir uns mal acht. So. Dann muss ich schauen hier auf meinem Zettelchen. Zinn in den Mitteln. Hier das hier. Und Kupfer. Zwei. Wir brauchen aber vier. Den können wir wieder wegmachen. Wir stellen den hier dafür wieder hin. Kupfer. Den Dinger hauen wir hier wieder in die Kiste rein. Das kommt hier rein. So. Nochmal. Das hier. Das Kupfer. Die Tube. Und das hier. Zweimal. Genau. So. Den Rest. Das Gläschen kann man hier brauchen. Wo ist der IC2 Table? Genau. Da... Redstone auffüllen. Ein bisschen Zinn. Eisen kann man rein machen. Ja. Das restliche Gejodel hier machen wir weg. Das Bienenwachs. Tun wir hier rein. Die nehmen wir mit. Hier haben wir noch so eine Mossy Comp. Die schleudern wir mal durch. So. Was macht mein Jetpack? Ja. Fertig. Moment. Umschalten hier. Leertaste M. Ja. Schaltet das Ganze um. Dass wir ja bloß noch in Over Mode sind. So. Dann machen wir das hier. Hoch. So. Zack. Jetzt muss die sich bloß noch hier vervollständigen. Diese Farm. Genau. Ich glaube ich habe die Farm sogar eins zu hoch gebaut. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Jetzt werden wir... Ja. Scheiße. Ich muss die eins tiefer setzen. Moment. Das haben wir gleich. So. Gehen wir mal hier hoch. Klopfen das hier weg. Hier ein Loch rein. Ich habe das nämlich noch nach einem alten Konzept gemacht. Da habe ich die Farm nämlich nicht eingelassen gehabt. So. Das Hedge hier rein. Dann müssen wir... Moment. Hier diesen Farmblock. Da rein. Dann machen wir hier das Hedge. Hier das Hedge. Die Gearbox hier hin. Und... Ja. Das hier machen wir da hin. Dann wieder diese... Sag mal... mein Ding hier verarscht mich ein bisschen. Wo ist jetzt diese andere? Farmblock? Hier. Genau. So. Genau. Und jetzt baut die sich zusammen. Und wir müssen in der Zeit... Hier. Schaut mal an. Der Lavatank. Der ist ja randvoll schon fast. Also die Konstruktion, die zahlt sich wirklich aus. Und... So. Irgendwo habe ich doch das Fleisch jetzt. Dass wir hier mal uns was reinhauen können. Es nervt mich, dass ich nicht schneller laufen kann. So. So. Dann brauchen wir... Brass. Brass. Moment. Brass. Genau. Hier. Brass Ingots. Da gibt es bestimmt auch hier. Genau. Zinn. Kupfer in the... Alloy Furnace. Zinn Kupfer habe ich jetzt nicht schon irgendwie vorbereitet. Ich meine, ich habe... Ne, ich habe Bronze gemacht. Na gut, dann machen wir hier das. So. Dann kann das ja mal wurscheln. Dann brauchen wir Glas. Da können wir uns... nochmal ins Deck durchmachen. Auf Reserve. Genau hier. Brass. Dann machen wir uns da folgendes draus. Ich glaube so. Und Glas. Genau. Hier diese Pneumatik-Tubes. Machen wir uns mal 16. Dann brauchen wir ein Relay. Aus Red Power. Das hier. Da brauchen wir... einen Transposer. Piston. Redstone. Holz. Piston. Piston. Ja, machen wir uns mal hier ein paar Pistons. So. Piston. Redstone. Holz brauchen wir auch. So. Hier Holz. Und Eisen. Na Moment. Hier irgendwo ist doch das... Eisen hin. Genau. Machen wir uns hier mal 80 Pistons. So. Dann brauchen wir die Piston. Den Transposer müssen wir uns ja machen. Piston. Redstone. Piston. Redstone. Dann brauchen wir Koppel. Koppel und Holz. Nehmen wir uns alles mal hier raus. Holz. Ne? Und... Cobblestone, glaube ich, war das. Genau. Einen Transposer. So. Dann brauchen wir... Moment. Ich scroll da jetzt mal durch. Ähm... Wo ist er denn jetzt? Relay hier. Brauchen wir einen Buffer. Den Buffer macht nur Iron Bars. Ja, das ist ja einfach, ne? So. Machen wir uns mal 16 Iron Bars. So. War das, glaube ich. Jep. Und Holz. Genau. Dann... Genau. Den Buffer hier hin. Transposer hier hin. Relay. Und den Red-Doped-Wafer, den wir schon vorbereitet haben. Und Cobblestone. Nein, Moment. Was? Was mache ich denn für einen Scheiß? Achso. Genau. Perfekt. Relay. So. Das Relay. Dann brauchen wir noch so ein paar Barrels hier. Nehmen wir hier ein Stack-Holz. Wo haben wir denn jetzt die Dinger da? Genau. Das nehmen wir hier raus. So. Die Barrels gehen übrigens so müssten die. Ne. Nicht. Ach. Noch eins. Dann eben so. Genau. Neun Barrels. Das reicht erstmal. Die Tubes. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die reichen. Da können wir aber nochmal ein paar nachmachen. So. Machen wir nochmal 16. Genau. Und jetzt machen wir folgend. Ach genau. Moment. Brauchen wir noch ein paar andere Sachen. Wir brauchen nochmal so einen Liquid Transposer. Den bauen wir uns schnell. Äh, diesen Accumulator meine ich. Maschinen-Frame. Tja. Gold. Gold. Eisen. Und Glas. Eisen. Gläschen. Und Gold. So. Da ich jetzt keine Lust habe. Mir das jedes Mal hier. Alles zu merken. Machen wir uns hier so. Blanke Pläne. Hauen hier so einen rein. Drücken hier auf OK. Zack. Und nehmen den Plan dann raus. Der Plan, der kommt dann hier rein. So. Wie das da. Das Indigo. Packen wir wieder weg. Wird schon wieder dunkel. Gibt es ja kaum. So. Dann. Wo waren wir? Genau. Wir brauchen noch einen Eimer. Dann brauchen wir dieses Case hier. Was brauchen wir noch? Pneumatik-Servo. Ah. Ich mache es bestimmt wieder falsch. Genau. Redstone-Glas. Genau. Dann machen wir uns auch mal zwei. Dann hier den Pneumatik-Servo. Das. Hier. Glas. Und Kupfer war es glaube ich. Ja. Kein Kupfer. Holen wir uns halt schnell welches. So. So. Nö. Ach ja. Immer diese Rezepte. Zinn. Haben wir hier doch noch drin. Zwei Zinn. So. Dann brauchen wir trotzdem noch hier so. Vielleicht mal zwei Eimer. Die wir immer dabei haben. So. Liquid Transposer. Das. Dann brauchen wir die Liquid Ducts. Das habe ich ja noch dabei. Ne. Richtig das. Liquid Ducts. Das ist auch ein bisschen mager was wir da haben. Ne. Elektrum. Ich brauche. Wie waren denn die? Brauche ich doch dieses gehärtete Ding. Kupfer. Ja. Haben wir noch irgendwo dieses gehärtete Glas. Ich glaube hier drin. Genau. Und Kupfer. So. Machen wir uns nochmal 16. So. Dann packen wir die hier rein. So. Schauen wir mal wie weit wir jetzt kommen damit. Ach genau. Immer wieder was Neues. Wir brauchen ja noch. Ein bisschen anderes Zeug. Eisen. Na komm. Zwei von denne. Dann brauchen wir. Irgendwo diese. Moment. Ist das Gold? Ich brauche mir hier dieses Elektrum. Diese da. Dann müssen wir schauen. Magmatik. Genau. Pisten. Haben wir hier. So. Pisten. Und das. In war. Bin ich jetzt ganz. Genau. Genau. Ach ja. Hier haben wir den Minimstone. Ne. Wieder falsch. Hier. Wo haben wir es denn. Silber. So. Hier. Das da haben wir. Ach da hat man auch noch ein paar gehabt. Gar nicht gesehen. So. Die Magmatik Engine. Dann bauen wir uns gleich mal hier noch so eine. Leere. Energie. Zellen. Brauchen wir nochmal ein Diamant. Ein bisschen Elektrum. Das Elektrum. Das war. Erst habe ich es doch hergestellt. Gold. Staub. Goldstaub. Und. Silber. Irgendwie sowas. Genau. Elektrumblend. So. Das kommt dann gleich mal hier rein. Sollte er uns. Hier mal schnell. Moment. 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 Hier. Geht es doch ganz wesentlich. Ein bisschen schneller. Hauen wir uns hier noch ein bisschen Sand rein. So. Ein bisschen Elektrum wieder. Brauchen wir das gehärtete Glas. Einen Diamanten. Zack. Der Diamant in die Mitte. Das Elektrum außen rum. Und das gehärtete Glas. So. So. Dieser Zellenframe. Natürlich kein Redstone drin. Warum sollte auch.